Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, als ich hier arbeiten wollte. Es gehört sich nicht, dass eine Frau rausgeht und arbeitet. Doch nach und nach, durch freundliche Diskussionen und durch Bildung, hat sich meine Familie überzeugen lassen. Weil Frauen und Männer gleichgestellt seien und gemeinsam für die Familie sorgen sollten. Und die Frau sollte dabei frei sein. Wir koordinieren jeden Schritt der Arbeit gemeinsam und wir diskutieren alle Anweisungen. Jede von uns hat auch ein Stimmrecht. Wenn alle etwas ablehnen, wird es nicht gemacht. Wir sind froh, dass wir hier unsere eigene Meinung haben und auch durchsetzen können.